Ein Glas aus dem Ofen holen, so. Gold habe ich, Eisen habe ich, okay. Bei einem Harvester hat bis jetzt noch keiner gearbeitet, ne? Hm, ne. Okay, dann mache ich das jetzt. Naja, so schwer ist das. Ich kann den hier auch mal abkoppeln. Genau, der zieht nämlich dauerhaft Energie. Squeeze. Eigentlich kann ich auch das Ding da lassen, dann einfach nur so abkoppeln. Ja, da brauche ich zwei Redstone für, ja. Gut, das heißt, jetzt durfte der Dynamo auch kaum noch Lava verwenden müssen. Ach, hier liegt ein Hatchet drin, sehe ich gerade. Aha. Noch in der Toolstation. Hey, das ist meine. Ja, warum liegt die dann da drin? Ich wollte die eigentlich, äh, upgraden. Auf was? Ich wollte die upgraden, aber. Hm? Womit? Mit, äh, mit Moos. Ach, das geht nicht. Oder geht das nicht? Hm, da fehlt ein, so so ein freier Slot quasi. Hm. Dann mach ich das mit der hier eben. Du kannst den Dingen halt nur begrenzt, äh, Sachen zuweisen. Ja. Ja. Bei Scheren. Wir sollten uns wirklich mal ohne Enderpelle kümmern. Damit die Mob-Farm zum Beispiel optimal läuft. Schon. Das wär echt cool, ja. Ja, ich bin dafür, dass wir hier die, äh, Zuckerrohr-Farm dafür verwenden. Oder eben eine eigene Plattform machen. Für was? Ja, für Endermen-Spawn. Achso. Ja. Da ist, glaub ich, das Beste, wenn wir auf Zuckerrohr-Dink gehen. Ich werde eigentlich nur noch darauf, bis irgendwann mal wir einen Bogen aus dem Cross-Construct kriegen. Dann würde ich ihn auch haben. Können wir die sich von selbst irgendwie verbessern? Ja. Das ist schon geil. Ein enges Block. Äh... Wollen wir noch zwei Redstone? Redstone haben wir immer noch keinen, ne? Ja, gut dann. Staub. Staub, Staub, Staub. Ja. 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 Was für ein Teil? Was für ein Teil? Trag nach. Das, was man hier fürs Radio braucht. Achso, das hab ich nie verwendet. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. 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 Es ist hauptsächlich japanische Musik. Sag ich doch. Ja. 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 Das hundert als h夏. Ich mach dir hier zur Yardfahren. Das stimmt. Das hast du gut herausgefunden. Das heißt, wir sollten mal die Reedfarmen entleuchten. Mach das mal. Ja, bitte. Jetzt versuche ich ein bisschen Closedown zu farmen. Äh, Redstone. Und ich glaube, ich verlasse euch zuvor mal. Wie ist er das denn? Ach, mich hat gerade so ein Niedigkeitsschub gepackt, ey. Das ist überhaupt nicht gut. Das soll ich jetzt einfach gehen. Joa, wir können ja weitermachen. Pah? Auch nicht, aber doch. Eigentlich nicht. Ach was, nee, braucht mich doch nicht. Ich bin doch hier nur das Maskottchen. Ja, eben deswegen, ja. Ich bin aber hier oben auf der Aussichtsplattform. Ach, er hat wirklich so eine Aussichtsplattform hier hingebaut. Wie nett. Ja, na, schön, oder? Das ist cool. Villager, Villager, bin ich nicht gewesen. Creeper, Galette. Ich schmeiß dich runter. Kannst du gar nicht, ohne mich zu schlagen. Ui, da war... Ach, nee, das ist ein scheiß Kompat. Nee, Magnet. Ich hab keine... Hat noch keine Pfeile dabei zufällig? Mhm. I know. Ich könnte welche holen gehen. Ja, könnte ich auch, aber ich hab gedacht, ich könnte von hier oben hier runter snipen, aber gut auch nicht. Äh, der macht Breakdownstone. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, das lieben. Jedes, jedes See auf Zäunen macht das. Wenn die auf Zäunen stehen, wissen die nicht, wo die hin sollen. Dann drehen die sich meistens im Kreis. Genau, dann schau einfach nur stehen zu bleiben. Nee, da, da kommt aber nichts mehr. Da dezimier ich erst mal ein bisschen. Ich brauch mehr Iron. Ich brauch mehr Invar. Das war gefährlich knapp an der Kante. Ich schmelz mal das ganze Iron zurück ein. Iron Zeug? Ja, da gibt's Iron Dust. Oh. Und... Zack. Ziemann drin. Ach, fuck. Nee. So. Dann komm ich wieder mit meinem Zeug zurück. Schmeiß ruhig das Eisen rein. Nee, ich wollte es bloß erst komprimieren. Das ist so, was es... Da ist eine Spinne. Das macht keinen Unterschied. Ja, aber dann... Es ist... Verbrauchst du nicht so... Achtung, Spinne! Das verbraucht gleich viel, egal wie viele Items du reinpackst. Es geht nur um die Zeit. Wie soll das denn auf dem Dach rum spielen, bei uns? Ehrlich. Es geht. Also da kommt einiges, aber es kommt kein Änder, man. Mhm. Nur du bist nicht glücklich, neben Wasserspwn zu müssen. Kann die Hau of Growth auch irgendwie Gras provozieren? Nein. Also nicht, was ich wüsste? Oh. Nein, das hat's getfilt. Scheiße. Das wäre die nächste logische Schlussfolgerung gewesen, ja. Hey, hey. Noch mal ein Buch, das war Efficiency and Fortune. Okay, das bringt nicht viel. Ich dachte, wir hätten Loot ihn irgendwo. Ja. Ein Darmann kann uns nicht leiden, ne? Nee. Kommt einfach nicht. Gelehrt, Creeper. Achtung, Creeper. Ja, du stirb halt, Creeper, komm. Leg dich nicht mit mir an. Viel lieben Dank auch. Achtung, Angry Zombie. Ich hab die Quest von Stoich war es noch gar nicht angenommen. Äh, toll. Yay, zwölf Angel Blocks. Und ein Leben. Geil. Aber, ich glaube, wir haben jetzt das Nether-Portal fertig. Und da ist irgendeine... Oh, so, ich tache schnell wieder eine komische Blüsker drin. Nein, das Ding ist komplett leer. Schön. Juhu. Die Smiltery haben wir jetzt komplett leergeräumt. Ähm. Ist noch irgendwo ein Iron Bucket? Ich hab einen. Das wär sehr nett. Ich höre Enderman. Ach nee, das ist dein, dein... Ja. Du mich auch. Also Enderman-Spawner, ich nicht. Zombies aller Art, aber kein Enderman mehr. Wo steckst denn du, Markus? Hinten. Bei Stahl. Danke. Bitte. Ein Eisen bräuchte ich. Wofür? Für ein Feuerzeug. Äh. Was? Für eine Seele, wie dieses kostbare Eisen abzugeben, ne? Von dem du wegrennst, dann eben nicht. Hä? Und die schließe ich nicht umsonst. Ich sag, die halben Wege hinterher. Du rufst immer weiter weg. Ja, weil ich nicht daran gedacht habe, dass du mir hinterher rennst. Ich dachte, später oder irgendwann. Ja, dann eben später. Oder irgendwann. Wie zum Beispiel jetzt. Nee, jetzt zu spät. Ah. Manche Leute, ey. Aber hey, wir haben einen Stahl gespielt. Dann, dann, dann. Fang mit deinen Böden. Danke. Ja. Oh, Lex, sind da hinten viele Mobs. Ui. Klar, ein Neu Trophäer. Welche? Oh. 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 Ja. Gefällt mir. Andersrum? Andersrum. Andersrum. Okay. Jetzt in anderen Worten, jetzt erstmal die ganzen teuren Kram auspacken. Kommt wer mit dem Nether? Ja. Gleich. Niemals. Ich weiß, wie es da unten aussieht. Ich gehe da nicht hin. Dann gehe ich auch erst später. Dann gehe ich halt alleine. Ohne jegliches Item. Na, mein Item ist nämlich mit. Und mein Magneten. Boah, 18 Moid Niren. So muss das. Was ist denn das geschafft? Aber irgendwie ist es zu dumm zum Ausgießen. Ja, die ganze Smelltree ist irgendwie momentan ein bisschen was daneben. So, jetzt wird es wieder hell. Dann kann man hier wieder ausleuchten. Ich habe aber keine Fackeln. Okay. Mega. Na, warte mal. Wie schnell geht es? Nee. Du hast nicht mal geschaut. Hm. Ich baue mich noch in den Basin für das ganze, Aaron. Ja. Genau. Haben wir da noch irgendwie Seared Briggs? Der Unterschied ist gar nicht so groß zwischen dem Creeper-Kopf und meinem richtigen Kopf. Seh ich gerade. Hatte ich hier nicht noch irgendwo ein Eisenschwert? Hier war so. Jetzt hätte ich da noch ein. Und dann nehme ich eben das Schwert mit. Also irgendwann bleibt hier. Und schau mal, ich kann mir vorstellen, dass das ganze recht unangenehm werden könnte. Kannst du das? Kann ich. Mir egal. Oh, okay. Aus dem kleinen was auch immer das ist. Ein Nether-Hell-Fisch. Den man nicht angreifen kann. Wow, okay. Ist nur der Nether, ne? Ganz easy. Wieso hängen die Trophäen eigentlich hier vor? Die gehören da oben drauf. Gut, also ja, es ist unangenehm im Nether. Naja. War ja nichts wichtiges. Okay, und ich heu jetzt wirklich auf. Heu mir rechts jetzt. Haha. Achso. Da sag ich mal nee zu. Hä? Nee zu? Wieso lässt sich das Inva nicht mehr ausgießen? Also in dem Fall, bis zum nächsten Mal. Naaah. Ja. Ja. Ähm, das lässt sich nicht ausgießen. Nochmal nachdenken. Wenn du... wenn du nur über diesen Block drüber haverst. Steht da Inva.Malton 0mB. Nicht bei mir. Bei mir steht einfach nur Inva. Ohne irgendwas. Bei mir auch. Ja, bei mir steht Inva.Malton 0mB. Dann steht bei mir Iron.Malton, so und so viel und Nickel.Malton. Okay, du hast komische Localizations mit drin. Die Frage ist, wo steht denn das bei dir? Wenn du wo drüber haverst, ist jetzt die Frage. Wenn ich über die Flüssigkeiten drüber haver? Über den Block selber? Der große blaue Kasten über den... den du dir angezeigt. Gut. So. Das hab ich euch mehrfach erzählt, als ihr da schauen sollt. Wir haben jetzt eigentlich mal nen ganzen Siren genommen. Nicht ich. Waren 18 dran. Ich hab keins genommen, also... Du hast ja wahrscheinlich geschmolzen, wahrscheinlich. Mhm. Den hat irgendwer geklaut. Naja, so Quests... Also 24 Iron brauche ich dafür, ne? Mhm. Ja, dann hätte ich perfekt genau viel gehabt, aber irgendwie hat's mir geklaut. So bin ich der Meinung, dass das jetzt in Franks Inventar ist. Ja. Ha. Entweder Frank oder... Ne, es liegt da. Okay. Es liegt in der Chest, keine Ahnung. Gut. Dann haben wir die Quest auch. Mhm. Dauert jetzt nur noch ein bisschen. So, wieviel jemanden haben wir zwei? Oder hat noch irgendwer noch einen im Inventar? Einen was? Diamanten. Ich hab keinen. Was denn? Diamanten. Diamanten. Doch, Diamanten, ey. Irgendwie so abgehackt, keine Ahnung. Abgehackt, ja. Schnell spreche ich, aber abgehackt, naja. Ich hab jetzt schon wieder nur einen Redstone gekriegt, na meine Güte. Ich pulveriere alles, aber... Alter, langsam wird's aber echt schon krass. Es wird schon langsam hell wieder draußen. Ich weiß. Tja. Ich bringe mich den Vorhang halb zu. Übrigens, also bis 5 bin ich immer wach. In den Ferien. Du, das ist schon was Decks. Eben. Naja, so in meinen edlen Zockerzeiten war ich auch meistens bis 5 oder 6 wach, aber... Die sind von Mai, oder wie? Lange her, lange her. Oh nee. Jetzt hab ich zu wenig Steal. Wofür? Hm. Wie die Haustung immer noch, ne? Ja, weil ich... Ja, weil ich's fit cast, weil ich's in... Basin, Alter. Also brauche ich jetzt noch? Äh... Sehe ich jetzt richtig? Ihr kocht... Ihr kocht Lava auf Lava. Ja. Doch, doch. Na klar, ist falsch. Macht zumindest ein bisschen was mehr Sinn als ich wackel. Also nicht... Ein bisschen. Okay. Könnte noch klappen. Äw, doch. Wie. Wie. Kannst du welche nh然后? Däugary?